Willkommen zurück zu einer neuen Runde Titanfall mit dabei Holly und Quentin Tarantino. Ja, es ist all me back again. Keine Ahnung, was ich hier zuletzt gespielt habe. Ich habe alles verlernt. Wir müssen zu B. Das sind solche Noobs. Ja, aber da sind schon welche bei B. Was mache ich jetzt? Ja, dann gehst du zu C. Ich bin auch bei B. Ich bin schon rüber zu A. Zu A, ja. Niemand hat A ihn genommen. Boah, war das ein Move. War nie wirklich weg. Verdammt. Oh, erster Kill. Baby, that's me, that's me, that's me, that's me. Das ist ein eigener Gegner. Shit, eigener Gegner? Ein eigener Gegner? Wo war der jetzt? Ich habe irgendwie alles verlernt. Ich glaube, die wollen zu B. Ich habe so ein dunkles Gefühl, dass die alle zu B wollen. Man kann sich auch irgendwie so ein Geschütz aktivieren. Das wäre jetzt vielleicht ganz gut. Bin ich gerade dabei. Die sind bei B. Ich nehme C ein. Wenn du Bock hast, komm rüber zu B, Quantum. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu C. Oh Gott, sind ja viele. Bei B sind sie irgendwie alle. Okay, ich habe gleich C. Ich habe gleich C. Gib mir die Sweet Points von C. Wo ist C? Wo ist C? Es ist oben mit dem Haus hier. Achso. Wusste ich. Ich habe es nicht vergessen. Wow, 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 wow. Ich habe einen Kill gemacht. Wahnsinn. Jetzt geht es aber los hier, oder? Jetzt reicht es aber auch, okay? Sonst lässt du uns jetzt hier alt aussehen. Jetzt ist ein Angeber wieder. Nein! Ich habe alles verlernt. Ich habe wirklich alles verlernt. Oh shit, oh shit. Wo, 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 wo. Bei C, bei C. Oben, irgendwo im Haus. Bei B ist einiges los. Holy Macaroni. I did it. I'm the man. Man sollte versuchen, mal zu B zu gehen. Ja, ja. Da bin ich gerade unterwegs. Fentin, in der Hütte ist einer drin. Wie ruft man Titanen nochmal? Ach, der war hinter mir. Der hat mich erledigt. Ich habe dir doch gesagt, da ist einer drin. Ja. Wo, 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 wo. G, C, keine Ahnung. So viele. Oh Gott. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt, also von daher. Wir haben sehr, 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 sehr lange. Also ich glaube, in den 90ern war das das letzte Mal. Also auf jeden Fall, da waren wir zu Schule. Oh shit. Ich hatte Schlaghosen an, als ich das letzte Mal gespielt habe. Okay. Wir sind hier ziemlich hart am Verlieren. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier... Was tue ich hier? Ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe einen Titan gerufen. Geil. Ich komme nicht mal hier hoch. Ich weiß gar nicht mal den Weg hier hoch. Ah. Das genau mache ich hier. Auf jeden Fall, naja, wir verlieren jetzt nicht extrem... Oh, ich habe einen Titan gekillt. Ah, so war das mit den Explosions. Ich bin bei A, aber A ist umkämpft. Warum? Ah shit, ne, alles gut. Wow, da sind ja ganz viele Titanen hier drüben. Ist Titanfall. Ach ja, stimmt ja. Oh Gott. Ich habe ganz auf meine Hunde gewartet. Ich hole hier gerade die Titanen weg. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt nicht mehr. Yes. Jemand schießt hier auf mich. Da ist ein Titan, helft mir. Hol ihn weg, hol ihn weg. Ich bin bei dir. Boah, 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 ne, der hat Cheats an, der hat Cheats an. Da drüben ist ein Titan. Hinter uns. Oh, zwei gegen einen, das ist so unfair. Ja. Ich bin explodiert. Zeiten down, ich nehme hier gerade B ein. Wir können noch gewinnen, oder? Wir können noch gewinnen. Natürlich können wir gewinnen. Man hört euch nur, glaube ich nicht, aber es ist okay. Bei mir. Ja, bravo. Ja, bravo. Rucksverklammung. Alles gleich hier rüber zur C. Mama mia. Habe ich überhaupt einen Kill schon? Oh, ich bin erster. So sieht es nämlich aus. Ich weiß nicht, was ich tue, aber hey. Wie schlecht müsst ihr sein, du? Oh mein Gott. Ja, klasse. Warum schmeiße ich hier eine Bombe hin? Also B ist... Oh, Jesus Christ. Wäre es Geschütz? Man kann ja ein Geschütz gehen. Ja. Ah, da ist ein Sniper drauf. Wusste ich gar nicht. Völlig neu für mich. Ich habe sie eben gerade zerstört. Ausgeschalten, ja. 50 Punkte bekommen dafür. Eine ziemlich coole Aktion. Ja, es sieht doch schon wieder besser aus für uns. Haha, Doppelkill, mein Freund! Der sieht besser aus für uns. Ich habe irgendwie verlernt, wie man Wände hochrennt. Ich dachte, sowas verlernt man nicht, wie Fahrrad fahren. Ja, du musst X- und Q-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Dann kannst du halt kontrollieren, wo du hinspringst. Ja, die Maus dreimal drehen im Kreis. Genau, dreimal. Die ganze Zeit, also. Dreimal drehen im Kreis. Dreimal die ganze Zeit. Und gegen die Wand werfen, ne? War doch auch irgendwie noch sowas. Ja. Ja gut, du musst noch deinen Konsolenbefehl eingeben. Na, wieso habe ich den denn nicht erwischt hier? Gibt mal hier immer aus dem Weg. Ah, Mist, 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 Mist. Oh, und A wird wieder eingenommen. Es kann doch nicht sein, dass wir Gewinn verlieren. Ja, B ist besetzt, habe ich das. Oh, die Minimap. Ja, ich nehme gerade einen. Warum schaue ich da drauf? Ich nehme A ein. Ich habe A gleich eingenommen. Kümmert euch um die anderen Punkte. Ich bin bei dir, Quentin. Das ist ein eigener. Oh, okay. Sorry. Give me sweet points. Ey, ey, ey. So, wir haben alle drei. Jetzt nur noch halten. Nur noch halten. Alles klar, dann bleibe ich hier bei A. Ach, für alle drei Punkte. Das ist ja sehr gut. Okay, ich bleibe bei A. Ich habe den Sheet noch dabei, damit ich... Wir verlieren C. Wir verlieren C. Oh, ich habe immer noch einen Titan. Haha, da flüchtet der. Da flüchtet der. Kommt schon, kümmert euch um C. Moment, ich muss hier gerade noch den anderen Titan vernichten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Alpha wird angegriffen. Scheiße. Wir halten hier B, wie... Wie... B, wie? Wir halten B? Ja, aber A ist so gut wie weg. Nein! Wir haben Alpha verloren. Nein, verdammt. Das war so schlecht. Ich mach A. Ich versuche hier noch immer B. Oh, yes. Mein Autotiton ist auch auf B. Alles ist gut. Okay, Keith, ich bin hinter dir. Okay, hier oben ist niemand. Ey, alles safe. Nimm ich den Wallhack an. Ach ja, die Dinger aktivieren. Mama mia. Welche? Die... Ja, Wallhack. Ach so. Du hast gar nicht eingenommen. Du rennst weg, weißt du. Ist egal. Ja, weil du da bist. Ich vertraue dir. Du hast immer das zum aktivieren. Mein. Total vergessen. Ja, ich bin weg bei B und B ist weg. Das ist logisch. Scheiße. Achtung, Titan. Hier ist ein Titan unterwegs. Ja, ich... Wetzelgarten, Titan niederher. Oh, oh, jetzt kommen noch feindliche Titans hierher. Oh, Kaki Kowski. Phantom, was ist los bei B? Ich dachte, du machst das Ding. Ja, ich wurde hier... Ich habe mich verlaut. Es tut mir leid, dass ich das... Dass ich euch enttäuscht habe. Ich hab gedacht, du gibst alles für dein Team. Das letzte Helps. Ich hab mein Tod. Nicht genug. Das ist nicht genug. Was weiß ich von mir? Da ist ein Titan feindlicher bei B. Ja, das haben wir schon so gut wie knapp verloren. Nein, nein, nein. Das kriegen wir noch hin. Ich braue auf uns. Ich bin bei C. Okay, B wird eingenommen. Das ist sehr gut. Vom Quantum. Exakt, aber es ist umkämpft. Ah, das ist ein eigener. Das sind immer die Warnschüsse, die ich abgebe. Da ist ein Titane hier direkt ums Eck. Shit. Gegen auf der anderen Seite. Alles klar, C wird eingenommen von mir. Wo ist meine Unterstützung? Ich komme. Wo ist meine Unterstützung? Ich bin unterwegs. Zu Quentin. Was? Nein, 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 nein. Okay, C hast du? Ja, ja, deswegen. Lass mal B machen. Shit. Ich schmeiß die Rucksackleitung vor mir in die Wand. Taktisch, meine Freunde. Cai, ich muss an pressure machen. Sehr gut, bin bei B. Sie ist umkämpft, heiß umkämpft. oh ja okay noch 30 machen wir haben dass das unmöglich nahezu unmöglich ich meine wir sind gut aber nicht so gut aber vielleicht geschieht auch noch ein kleines wunder da haben wir so dem gerade weg geholt ja da mir war mit der smart pestle ich kann mich noch dran erinnern wie quantum nicht privat gespielt haben der gegner noch einen punkt braucht um zu gewinnen der quantum aber alle er hat alle drei stützpunkte gehalten kann ich gar nicht war leider ja da war die aufnahme defekt dann auch in dem ja leider das war das problem deswegen können wir sie zeigen naja nein wir brauchen es noch schnell dann könnten wir sind kriegen dann könnte die magie noch einmal passiert besiegt von thema hinkriegen ja war knapp war knapp die sieg war ganz ganz klar in unserem team hier das war irgendwie keine ahnung menschen jetzt fliehen wir müssen ja fliehen das hast du gut erkennt und drauf drauf rüber um eine ahnung blöde verteidigungspunkte wir haben ja wir hatten ja auch nichts zum verteidigen da ich komme nicht über die brücke mein titan ist zu groß beeindruckende serie genau dankeschön ja kontrum ich beobachte dich also du bist die stimme hier aus dem auf wie man richtig meine bauch ich bin noch am leben lass mich nicht zurück wo ist das schiff nein bleibt hier bleibt hier bleibt hier kommt schon 1 ich weiß nicht auf einen laden hier zusammen mit mir muss ich sagen da kommen die ersten drei war ja klar das team hat gefällt das kann sich sehen lassen ja richtig marik 85 auch typischer pinguin name wahrscheinlich ein pinguin wieder mitgespielt ja man wusste man man sieht im video dass man weiß was man tut genau gut wir sehen uns dann wohl bei der nächsten folge immer danke fürs zusehen und tschüss adios ja